Hallo, möchtet ihr auch mal Audi fahren? Hä? Hallo miteinander, ich bin Stefan, Verkaufsberater der Scheidweg Garage und zuständig für die Marke Audi. Leider dürfen wir euch momentan nicht persönlich im Showroom beraten, und darum bringen wir euch die neuesten Audi-Modelle direkt nach Hause auf den Bildschirm. Anfangen wir hier mit diesem legendären 5 Zylinder, ich wünsche euch viel Spass, schaut es euch an! So, wir sitzen jetzt im neugelnagen neuen Audi RS Q3. Und wir zeigen euch, was sich im Gegensatz zum Vorgängermodell alles so verändert hat. Alles, was ihr über das neue Touch-Display bedienen könnt, könnt ihr auch ganz einfach über dieses sportliche Multifunktions-Lenkrad abändern. Ob es darum geht, dass ihr den Radiosender wechseln wollt, oder über das Telefon verbinden wollt, und sogar das Navigationssystem könnt ihr ganz einfach per Knopfdruck auf das neue Virtual Cockpit ziehen. Was aber am RS Q3 am meisten Spass macht, sind natürlich seine 400 PS. Und die demonstrieren wir euch jetzt einmal. Und ich würde mal demonstrieren. Schmach! 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 Niem Savage Cline Obichts, Seiner, Wurder und Elf Wir haben euch geholfen Ghostbett conjeles geholfenmi! oops und optio, auch mit Keramik und einem Salat Wenn wir euch euch geholfen den нашigen nächsten neuen Audi RS Q3 wissen, dann melde dich bei mir per Telefon oder per E-Mail. Gerne stelle ich für dich auch dein Live-Video mit deinem Wunschauto zusammen. Wir gehören uns!